Hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotter. Hallo liebe Bastelfreunde. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr da draußen vor euer Kinderzimmer ein schönes Kunstwerk selber basteln könnt. Ich freue mich. Und das Schöne ist, ihr könnt dieses Kunstwerk aus Materialien machen, das ihr wahrscheinlich zu Hause rumliegen habt. Ich kann euch ja schon mal verraten, wir werden süße kleine Fischchen basteln. Also unbedingt dranbleiben. Fische sind schöne bunte Tiere, die im Wasser leben. Sie können schwimmen und vor allem, sie sehen auch total niedlich aus. Ich habe mir heute überlegt, wie man ein einfaches Aquarium für eure Wand basteln kann. Also versteht mich nicht falsch, ihr braucht weder Wasser noch die Fische zu füttern. Euer Aquarium könnt ihr als Kunstwerk an die Wand befestigen oder so. Los geht's! Und dazu braucht ihr einen Schuhkartondeckel, den ihr zuvor mit blauer Acrylfarbe angestrichen habt. Eine Plastiktüte. Schaumstoffresten in euren Lieblingsfarben. Ich habe mich für blau, rosa und grün entschieden. Flaschendeckel. Bunte Acryl. Oder Lackmalstifte. Glitzer. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr euch freut, wenn wir mit Glitzer basteln. Einen wasserfesten Filzschreiber, eine Schere und Heißkleber. Aber am besten benutzt ihr ganz normalen Bastelkleber. Im allerersten Schritt werden wir auf den Schuhkartondeckel, das ihr zuvor blau angestrichen habt, mit den Lackmalstiften Kreise einzeichnen. Das sollten dann Wasserblasen werden. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr ein paar Highlights einzeichnen mit einem Highlighter oder mit einem weißen Lackmalstift. Im nächsten Schritt werden wir ein paar Meerespflanzen einzeichnen. Dazu legt ihr eure Schaumstoffresten in grün aufeinander, zeichnet die Umrisse einer Wasserpflanze ein und schneidet sie mit der Schere dann aus. Mit Heißkleber oder mit Bastelkleber klebt ihr sie dann am Schuhkartondeckel fest. Und wenn ihr wollt, könnt ihr hier und da, so wie ich das hier gerade mache, mit einem grünen Lackmalstift Details einzeichnen. Unser Wand-Aquarium ist eigentlich schon fertig, aber was wäre ein Aquarium ohne Fische? Um die Fische zu basteln, legt ihr einfach die Flaschendeckel auf eure Schaumstoffe, zeichnet die Umrisse nach und malt dann dazugehörige Flossen. So wie ich das hier gerade mache. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingstiere sind, das würde mich interessieren. Den selben Schritt habe ich auf den rosaroten Schaumstoff wiederholt und dann schneidet ihr alles aus. Im nächsten Schritt werden die Flaschendeckel mit Heißkleber an die Schaumstofffische geklebt. Ihr könnt aber auch normalen Bastelkleber benutzen. Dann fehlen aber noch die Gesichtsteile. Die werden mit einem wasserfesten Filzschreiber einfach angemalt. Die Augen und den Mund. Aber die Fische sehen irgendwie langweilig aus. Ich würde sagen, wir dekorieren sie mit Glitzer. Dazu streicht ihr einfach Heißkleber wellenartig auf eure Fische und streut Glitzer eurer Wahl darüber. Vorsichtig könnt ihr den überstehenden Glitzer einfach wegklopfen. Die Fische werden dann in unserem Aquarium geklebt. Und damit euer Aquarium so richtig hübsch wird, könnt ihr hier und da noch ein paar Details einzeichnen. Wie beispielsweise Korallen oder bunte Wasserpflanzen. Streicht dann den kompletten Hintergrund mit Kleber ein und klebt die Plastikfolie oder die Plastiktüte an. Damit das Ganze auch richtig schön wie Wasser wirkt. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier und da noch ein paar Einschnitte machen, damit eure Fische besser zur Geltung kommen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euer Wand-Aquarium mit weiteren Materialien dekorieren. Wie beispielsweise mit Washi-Tapes oder mit Glitzer. Schreibt mir doch in die Kommentare, was euer Lieblingsbastelmaterial ist. Und voilà, da habt ihr dann einen bunten Wand-Aquarium. Ich hoffe, euch hat diese Bastelidee gut gefallen. Falls ja, dann lasst es mir mit einem Daumen nach oben wissen. Abonniert meinen Kanal gratis. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lässt. Klickt euch um für weitere Bastelideen. Und dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss.